Hallo zusammen zum zweiten Teil zu unserer Ostsee-Serie. Viele von euch kennen vermutlich das Problem, man will irgendeinen Sinus darstellen und Ostsee sagt nein. Also man stellt alles ein, macht, tut und dreht hier an den Rädchen, ändert die Zeit, macht, wie verrückt, ändert die Amplitude, was wir schon gelernt haben. Es kommt einfach da kein Bild hin. Dann drückt man vielleicht oben mal auf Stopp, damit man zumindest irgendwas sieht. Und das ist aber definitiv nicht der richtige Fall, wie man das darstellt. Der richtige Fall, wie man das dargestellt kriegt, ist, indem man das Signal vernünftig triggert. Es war gerade ein Klick, wir sind immer noch auf Run. Wir müssen das Signal richtig triggern. Was der Trigger ist, schauen wir uns heute in dem Video an, damit ihr das hoffentlich versteht, wie ihr ein Signal vernünftig triggern könnt, damit es dann auch steht und nicht so wie hier durch das Ostsee läuft wie verrückt. Vorher schauen wir uns aber noch eine andere kleine Thematik an, die genauso wichtig ist wie der Trigger. Und zwar haben wir bei der letzten Folge ja uns die Y-Achse angeguckt. Ich habe euch das erklärt mit Volt pro Kästchen, dass ihr die Spannung hier misst. Heute betrachten wir mal die X-Achse, damit wir auch mal wissen, was eigentlich auf der X-Achse aufgetragen wird. Dazu schauen wir uns das Ganze wieder mit einem Bild an. Ich habe uns jetzt hier mal ein Bild von dem Sinus vom Ostsee gemacht, das ist einfach ein Screenshot auf dem USB-Stick, jetzt hier auf meinem PC kopiert. Wir haben beim Sinus jetzt hier ein paar Dinge, die wir am Ostsee praktischerweise ablesen können. Eine Sache haben wir das letzte Mal ja schon auf jeden Fall gelernt. Und zwar einmal haben wir hier unten unsere Amplitude stehen, also unsere Spannung pro Kästchen. Und jetzt können wir schon mal ablesen, was für eine Amplitude unser Sinus hat. Wir haben 1 Volt pro Kästchen, bedeutet wir haben hier 1 Volt, hier nochmal 1 Volt, also in Summe 2 Volt hier oben plus 2 Volt. Und das Ganze natürlich auch in die andere Richtung. Wir haben hier unten dann eine Spannung von minus 2 Volt. Haben wir in der letzten Folge gelernt, hier haben wir nämlich die X-Achse 0, weil der 1er auch hier links drüben steht, Kanal 1. Jetzt wissen wir schon mal, unser Sinus geht von minus 2 Volt bis plus 2 Volt hoch. Und jetzt interessiert uns natürlich bei einer Schwingung erstmal grundsätzlich, was ist das eigentlich für eine Signalform. Und wir unterscheiden ja grundsätzlich zwei Signalformen, auf die gehe ich jetzt mal schnell mit euch ein, damit ihr da mal eine kleine Grundlage lernt und damit ihr da mal wisst, was so der Unterschied zwischen diesen zwei Signalformen ist. Wir haben einmal die Signalform DC, die kennt vermutlich jeder von euch, habt ihr schon mal gehört. Das Ganze nennt sich Gleichspannung und das Pendant dazu wäre AC, das wäre die sogenannte Wechselspannung. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie man diese zwei Signalformen eigentlich überhaupt irgendwie unterscheiden kann. Und dazu schauen wir uns jetzt einfach mal verschiedene Signalformen an. Ich zeichne euch jetzt einfach mal drei, vier verschiedene Signalformen auf und dann schauen wir uns danach an, was von diesen Signalformen was ist. Wir haben uns jetzt mal einen Schwung aufgezeichnet und wir sprechen jetzt mal durch und damit erkläre ich euch jetzt einfach mal, was ist eine Wechselspannung, was ist eine Gleichspannung, was macht diese Arten der Spannungen überhaupt aus. Auf der Y-Achse jeweils die Spannung aufgetragen, auf der X-Achse jeweils die Zeit, über die wir diese Spannung gemessen haben. Wir haben jetzt hier ganz klassisch einen roten Strich, längs einfach drin liegen. Das ist eine ganz klassische Gleichspannung, plus 5 Volt, plus 12 Volt, sowas kommt aus einer Batterie zum Beispiel raus. Wir haben also hier ganz klar DC. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen tricky und da schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Da erlebe ich immer die tollsten Sachen. Wir haben hier jetzt zum Beispiel eine Dreiecksspannung. Die geht jetzt hoch und runter, hoch und runter, hoch. Jetzt könnte man glauben, die wechselt zu hoch und runter und das ist jetzt eine Wechselspannung, weil die ja hoch und runter geht. Die bleibt nicht gleich, die bleibt nicht gleich auf einer Spannung, plus 12 Volt, sondern die geht hier von 5 Volt auf 12 Volt, 5 Volt, 12 Volt, 5 Volt, 12 Volt. Also bleibt sie nicht gleich, also muss eine Wechselspannung sein, die Spannung wechselt sich. Leider falsch, muss ich euch ein wenig enttäuschen. Auch das hier ist eine DC und das bitte ganz, ganz dringend merken, das ist echt wichtig. Auch das hier ist eine Gleichspannung, denn die komplette Spannung ist immer positiv. Wir haben hier plus 5 Volt, plus 12 Volt, plus 5 Volt, plus 12 Volt und so weiter. Jetzt gehen wir zum nächsten Beispiel. Hier haben wir einen Sinus in grün dargestellt. Der Sinus schwingt hier hoch, runter, hoch, runter und da haben wir jetzt tatsächlich erstmalig in unseren Beispielen hier eine AC, eine Wechselspannung, weil der Sinus nämlich eine ganz, ganz tolle Eigenschaft hat in dem Fall jetzt. Und zwar haben wir hier ein positives Vorzeichen, hier ein negatives Vorzeichen, dann wieder positiv. Egal welcher Spannungswert das genau ist, aber wir haben hier ein wechselndes Vorzeichen. Der Sinus hüpft von positiven Vorzeichen, positiver Spannung, zu negativer Spannung. Positiver Spannung, negativer Spannung. Es wechselt sich das Vorzeichen von dem Sinus und somit haben wir eine Wechselspannung. Das ist das Einzige, was eine Wechselspannung ausmacht, dass sich das Vorzeichen wechselt. Und nicht der Spannungswert oder so wechselt sich, sondern nur das Vorzeichen wechselt sich. Also haben wir hier in dem Fall eine Wechselspannung. So, und jetzt könnt ihr das natürlich auch schon beantworten. Wir haben hier hinten einen Sinus wieder. Der schwingt so vor sich hin. Und für viele Leute, ich weiß es, und das müsst ihr euch bitte im Hinterkopf behalten, ein Sinus ist nicht automatisch eine Wechselspannung. Ganz viele sagen, ja, Wechselspannung, was ist das? Ja, ein Sinus. Stimmt nicht. In dem Fall haben wir einen Sinus. Und was für ein Vorzeichen hat dieser Sinus? Der hat hier ein negatives Vorzeichen. Hier, hier, hier. Also er überschreitet nicht unsere Nullachse. Das Vorzeichen ist überall negativ von unserem Sinus. Also haben wir auch hier eine Gleichspannung. Müsst ihr euch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das wären so die zwei Spannungsarten. Wie das Ganze dann ausschaut, ob das ein Sägezahn, Dreieck, ein Viereck und ein Fünfeck, was auch immer so eine Spannungsformel geben sollte, was ihr euch da überlegen könnt. Sobald sich das Vorzeichen ändert, haben wir eine Wechselspannung. Wenn das Vorzeichen gleich bleibt, haben wir eine Gleichspannung. So, nun wieder zurück zu unserem Beispiel. Wir haben hier also klassischerweise eine Wechselspannung, weil sich das Vorzeichen an diesen Stellen hier entsprechend ändert. Wir haben eine Wechselspannung. Und wenn wir eine Wechselspannung haben oder irgendwie irgendwas Schwingendes haben, in dem Fall schwingt ja der Sinus hoch und runter, wollen wir eigentlich immer wissen, oder was wollt ihr dann jetzt grundsätzlich? Überlegt euch mal, was würde euch jetzt von dieser Sinusschwingung interessieren? Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Steckdose messt, wenn ihr einen Frequenzgenerator messt, wenn ihr irgendetwas messt, dann interessiert einem vom Sinus einmal die Amplitude, die haben wir jetzt schon. Und das Zweite, das uns interessiert, klassischerweise, ist die Frequenz von dem Sinus. Die Frequenz kürzen wir ab mit dem kleinen f. Und die Einheit von der Frequenz haben wir einem deutschen Wissenschaftler zu verdanken, Herz. Herz wäre die Einheit von der Frequenz. Jetzt schauen wir uns mal das Bild an. Wir haben hier unten 1 Volt. Das haben wir schon gesehen. Hier können wir uns die Amplitude ablesen. Und jetzt schauen wir mal, wo wir hier die Frequenz ablesen können. 1 Volt, 1 Volt. Hier haben wir irgendwas mit Logic Analyzer. Das ist der Signalgenerator, der uns die Frequenz ausgibt. Hier oben haben wir irgendwas mit Millisekunden. Triggert heißt das hier. Stop, Run, wir messen was. Hier haben wir ein Trigger-Level. Wir haben jetzt hier nirgends eine Frequenz, die wir direkt ablesen können. Ist jetzt ein bisschen ungut. Also die modernen digitalen OSTIs können es euch ausrechnen. Die haben Frequenzzähler drin zum Beispiel. Klassischerweise, und jetzt sind wir endlich bei der x-Achse angelangt. Klassischerweise haben wir auf der x-Achse, wie wir es auch schon vorne an den Beispielen, die ich aufgezeichnet habe, gesehen haben. Wir haben klassischerweise auf der x-Achse T aufgetragen, die Zeit. So, jetzt müssen wir irgendwie einen Zusammenhang kriegen. Wir haben eine Zeit aufgetragen, wir wollen eine Frequenz. Die Zeit T, die hier aufgetragen wird, haben wir hier oben angegeben. Ganz oben bei H, horizontal, steht 10,0 ms. ms, kleines s für Sekunden, m für Milli. Also haben wir einen Abstand zwischen den Kästchen von, in dem Fall, 10 Millisekunden. Genauso wie wir es vorher gehabt haben mit unserer Amplitude abmessen. Wir haben den Abstand zwischen den Kästchen hier unten mit einem Volt gegeben. Der Abstand zwischen den horizontalen, also den x-Kästchen, haben wir hier oben angemalt. 10 Millisekunden. So, was können wir jetzt damit anfangen? Wir brauchen jetzt eine Größe von unserem Signal, die wir da irgendwie umrechnen können in eine Frequenz. Und jetzt sieht es so aus, wir haben hier eine periodische Sinusschwingung. Bedeutet, die schwingt jetzt hier hoch, diese Sinusschwingung. Schwingt wieder runter, geht ins Negative. Und an dem Punkt hier fängt es wieder von vorne an. Das heißt, die Periode fängt hier von vorne an. Wir kopieren quasi das hier vorne und packen es hier hinten hin und haben wir wieder das Gleiche. Das wiederholt sich ganz, ganz oft. Und die Stelle, an der sich das Ganze wiederholt, wäre diese hier und diese hier. Hier dazwischen wiederholt sich das Ganze. Das nennen wir hier mal 0, weil hier ist auch die y-Achse. Also hier haben wir die Zeit 0. Die Zeit, wann die nächste Sinusschwingung anfängt, die nennen wir jetzt ganz einfach. Wir haben hier hinten ein kleines t. Die Zeit für die Sinusschwingung, für eine periodische Schwingung, nennen wir T. Und T wäre die Periodendauer. Jetzt sieht das Ganze so aus, dass wir jetzt das einfach ablesen können. T in dem Fall, wir haben hier 0 Millisekunden. Der Abstand zwischen zwei Kästen wäre 10 Millisekunden. Also haben wir hier 10 Millisekunden. Und hier hinten haben wir dann 10 plus 10, 20 Millisekunden für die Periodendauer in unserem Fall. 20 Millisekunden. Jetzt gibt es eine total einfache Formel. Die zeige ich euch jetzt mal. Die habt ihr in 0, nix, wisst ihr die auswendig. Der Zusammenhang zwischen T, Periodendauer, Einheit im übrigen Sekunden und der Frequenz, Einheit nochmal zur Wiederholung Hertz. Der Zusammenhang zwischen diesen zwei Größen ist total easy. Und zwar F gleich 1 durch T. Oder wenn wir es anders hinschreiben, T gleich 1 durch F. So einfach geht das. Und jetzt können wir uns ganz einfach eine Frequenz ausrechnen. Wir haben eine Periodendauer gegeben von, was haben wir gesagt, 20 Millisekunden. T gleich 20 Millisekunden. Bedeutet, wir haben 1 dividiert durch 20 Millisekunden. Jetzt haben wir hier noch das Milli drin. Da bitte aufpassen. Das ist ein Herz. Die Einheit entspricht auch 1 durch Sekunde. Also da müssen wir Sekunden eintragen, nicht Millisekunden. Also müssen wir das Milli noch wegkriegen. Also 1 dividiert durch Milli sind drei Kommastellen. 0,02 Sekunden. Das Ganze jetzt in den Taschenrechner eingegeben. 1 dividiert durch 0,02 ergibt 50. Wir haben also hier eine Frequenz von 50 Hertz bei unserer Sinusschwingung. So einfach kann man das ausrechnen. Wenn wir jetzt das Ganze, wie ich euch gesagt habe, anders darstellen. Und zwar habe ich euch ja mal gesagt, wir sollten das immer so groß wie möglich darstellen. Jetzt habe ich einfach mal reingezoomt. Ich habe jetzt hier oben nicht mehr 10 Millisekunden, sondern 5 Millisekunden. Wir haben also zwischen den Kästchen plötzlich 5 Millisekunden Zeit. Wir haben hier wieder unsere 0 und hier hinten fängt der Sinus wieder neu an. Hier hinten haben wir T. Wir haben also 5, 10, 15, 20. T gleich 20 Millisekunden. Also auch wenn wir jetzt ein bisschen reinzoomen, dass das Ganze ein bisschen größer dargestellt wird. Auch da ist es natürlich wieder gültig. Wir haben hier die 20 Millisekunden. T gleich 1 durch F. Wir kommen also auch wieder auf die 50 Hertz. Jetzt habe ich euch ein paar Beispiele in der PDF-Datei gehängt. Das kam das letzte Mal sehr, sehr gut an bei euch. Darunter einfach wieder der Download-Link. Ich gebe euch einfach ein paar Beispiele von Sinusschwingungen. Und ihr rechnet jetzt einfach die Frequenz aus und die Amplitude dazu dazuschreiben. Und auf den nächsten Seiten entsprechend sind dann immer die Lösungen. Dann könnt ihr euch das anschauen, ob das richtig ist, was ihr euch da überlegt habt. Jetzt sind wir beim nächsten Thema. Und zwar beim Trigger. Ich habe euch ja gesagt, in der letzten Folge, dass ein Speicheroszilloskop, wie wir es hier haben, ein Sinus erstmal digitalisiert und diese digitalen Daten in den Speicher schreibt. Und wenn der Speicher voll ist, dann macht es plapp und dann malt er das Ganze auf unseren Bildschirm hin. Wenn das der Fall ist, dass wir wirklich warten, bis der Speicher voll ist, dann passiert genau das, was ihr beim Intro gesehen habt von dem Video. Der Sinus, der pfeift irgendwie kreuz und quer durch unser Bild und wir können damit absolut nichts anfangen. Bedeutet, wir müssen unserem Oszilloskop sagen, jetzt mal bitte mal den Sinus hin. Und dafür gibt es eine coole Funktion und die nennt sich Trigger. Also wie bei einer Pistole, ich drücke ab, ich drücke den Trigger, in dem Moment schießt das Ding los. Beim Oszill genauso, ich löse den Trigger aus, in dem Moment schießt das Ding los und malt uns die Kurve praktisch auf dem Bildschirm hin, so wie wir es ihm mit dem Trigger vorgeben. Jetzt sieht das Ganze so aus, dass klassischerweise die Oszilloskope drei Trigger-Modi haben, die am gängigsten sind, die quasi am gebräuchlichsten sind. Die modernen Oszis, so wie das, was ich jetzt hier habe, das hat, fragt nicht, mit Milliarden Trigger-Möglichkeiten. Standardmäßig schaut es aber folgendermaßen aus. Trigger-Modi gibt es in der Regel drei Stück. Und zwar, Grundüberbegriff wäre einmal, das Ganze nennt man Flankentrigger. Das bedeutet, wenn wir jetzt unseren Sinus betrachten, haben wir hier eine Flanke, die geht nach oben, eine steigende Flanke, also diese Kurvenform hier, wenn ein Signal nach oben geht, das nennen wir einfach Flanke. Wir haben hier eine steigende Flanke, hier oben dreht sich das Ganze um und hier wird es wieder eine fallende Flanke. Wir haben also eine steigende Flanke hier vorne und wir haben eine fallende Flanke hier hinten. Jetzt sieht es beim Trigger folgendermaßen aus. Wir triggern auf diese Flanke direkt. Also wir können sagen, wir wollen entweder steigende Flanke, dann wird er auf diese steigende Flanke triggern, wie ich es jetzt auch hier in diesem Bild gemacht habe. Beim Nullpunkt hier triggern wir, hier oben sieht man das T, das ist das Zeichen für die Position, wo er triggert. An dieser Stelle triggern wir und die Flanke steigt. Also wir triggern hier auf die steigende Flanke. Dann gibt es das Ganze noch mit fallender Flanke. Und es gibt das Ganze auch noch mit beiden Flanken. Da wird er bei einer hochsteigenden und bei einer fallenden Flanke triggern. Also ich zeige es euch jetzt einfach mal direkt am Ostsee, am praktischen Beispiel, wovon ich rede. Ich wurde ja schon gerügt, warum ich das Ganze mit so einem teuren, teuren Oszilloskop euch zeige, weil natürlich das Rigol in der Klasse schon mit 1000 Euro zum Teil jenseits von den meisten Hobby-Bastler-Budgeten liegt. Ihr werdet jetzt sehen, warum ich euch das Ganze an dem Oszilloskop zeige. Denn wie ihr jetzt wunderschön erkennen könnt, das Oszilloskop hat einen HDMI-Ausgang. Das heißt, ich kann hier mit meiner Capture-Karte einfach den Bildschirm vom Oszilloskop euch einfangen. Und somit seht ihr hier alles ganz, ganz, ganz toll. Ich habe am Funktionsgenerator eingestellt, das kann man jetzt hier erkennen, eine Frequenz von einem Kilohertz. Und dieser Funktionsgenerator hängt direkt an unserem Kanal 1 dran. Amplitude 4 Volt, also von Plus nach Minus 2 Volt, das Ganze, kein Offset. So, jetzt haben wir hier unseren Sinus und dieser Sinus steht auch praktischerweise. Auch wenn ich jetzt hier den ein bisschen kleiner mache, der bleibt hier stehen. Jetzt gibt es zwei Punkte, die beeinflussen, wie dieser Sinus hier dargestellt wird. Zum einen haben wir in der Regel immer einen Trigger-Level, also der Trigger, der uns sagt, wo der Sinus hingemalt wird, wann der Sinus hingemalt wird. Und wir haben eine horizontale Position in der Regel bei jedem Ostsee. Wenn ich jetzt mal an der horizontalen Position drehe, können wir erkennen, oben verschiebt sich dieses T. Und dieses T, was da oben steht, das wäre quasi unser Punkt, wo der Trigger arbeitet. Und in dem Fall sieht man auch, ist das genau der Punkt, wo der Sinus einen Null-Durchgang hat. Jetzt schiebe ich das Ganze wieder zurück. Oben bei D sieht man, wie weit das abweicht. 10 Mikrosekunden, 5 Mikrosekunden. Jetzt sind wir wieder genau bei 0. Jetzt sind wir wieder genau mittig drin. Das wäre einmal unsere Position der Y-Achse, wo das Oszilloskop die Y-Achse hinmalt. Das zweite Rädchen wäre unser Trigger-Level. Ich habe euch ja gesagt, der Trigger erkennt, ob eine Flanke steigt oder fällt. Und wenn ihr jetzt mal ganz links ans Bild schaut, und ich drehe den Trigger-Level nach oben, könnt ihr dieses T erkennen, das nach oben weggeschoben wird. Und ganz rechts oben steht 1 Volt. Bedeutet, jetzt geht es hoch runter, der Trigger-Level wäre jetzt 1 Volt. Und was macht nun das Ostsee? Könnt ihr das schon erkennen? Es guckt genau an der Stelle von dem Trigger-Level, wann unser Signal größer wird wie 1 Volt. Also genau an der Stelle, wo das Ganze jetzt über 1 Volt ist, unser Signal an der Stelle malt er unseren Sinus hin. Wenn ich den Trigger-Level jetzt genau auf 0 Volt runterdrehe, bedeutet das, sobald der Sinus über 0 Volt ist, wird er hingemalt. Denn wir haben eine steigende Flanke im Trigger-Menü eingeschaltet. Slope Rising. Was passiert nun, wenn ich diese Slope, also diese Flanke, auf Falling stelle? Überlegt euch mal kurz, was passieren könnte, wenn ich die Flanke auf Falling stelle, also auf fallende Flanke. Ich stelle es um. Und was ist passiert mit unserem Sinus? Unser Sinus ist in dem Moment auf die andere Seite gehüpft. Wenn wir uns das Ganze jetzt am Nullpunkt hier anschauen, genau mittig vom Oszilloskop, bedeutet das, der Sinus wird an dieser Stelle kleiner wie 0 Volt. Er fällt unter unseren Trigger-Level von 0 Volt. Wenn wir es jetzt wieder auf unsere 1 Volt hochdrehen würden, würde das bedeuten, der Level des Sinus fällt unter den Trigger-Level 1 Volt. Jetzt sieht es so aus, dass ich noch die dritte Möglichkeit habe, die ich euch gesagt habe, und zwar beide Flanken. Und da kann er sich jetzt nicht entscheiden, nimmt er die fallende Flanke oder nimmt er die steigende Flanke. Deswegen wackelt er jetzt erst mal so vor sich hin. Wir bleiben also in unserem Fall einfach mal bei der steigenden Flanke. Jetzt gibt es noch weitere Möglichkeiten, warum wir trotzdem keinen so schönen stehenden Sinus, wie wir es jetzt da sehen, dargestellt kriegen. Möglichkeit Nummer 1. Wir haben einen falschen Kanal ausgewählt. Der Trigger guckt sich jetzt aktuell das gelbe Signal an, also den Kanal 1. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Kanal 2 umschalte, dann guckt der Trigger auf Kanal 2 und da haben wir kein Signal drauf, da steckt nichts dran da unten. Bedeutet, er weiß nicht, wo er sich da jetzt trickern soll und malt uns entsprechend auch kein stehendes Signal hin. Das wäre der Fehler Nummer 1, der auftauchen kann. Fehler Nummer 2. Ihr habt ein Trigger-Level, den ihr zum Beispiel zu hoch einstellt. Das Oszilloskop guckt nun ja, ist der Sinus größer wie unser Trigger-Level. Und wenn jetzt unser Trigger-Level zu hoch wäre, haben wir auch keinen Punkt, wo jetzt unser Sinus über diesen Trigger-Level hinaussteigt. Genauso in die andere Richtung. Auch hier kreuzt unser Sinus nicht mehr unseren Trigger-Level. Bedeutet, auch hier kriegen wir kein stehendes Signal. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt, falls ihr da Probleme mit der Triggerung habt. Erstens ins Trigger-Menü gehen, schauen, ob der richtige Kanal ausgewählt ist. Zweitens den Trigger-Level verdrehen, gucken, ob der wirklich im Signal drin liegt. Weil es kann jetzt natürlich sein, jetzt messt ihr hier das Signal mit 2 Volt Amplitude und plötzlich müsst ihr ein anderes Signal messen. Jetzt habt ihr hier den Trigger auf 1 Volt eingestellt, das Signal wird nur super gemessen und jetzt kommt plötzlich ein Signal mit einer Amplitude von 1 Volt. Somit seid ihr mit dem Trigger-Level über dem Signal und das Signal bleibt euch nicht mehr stehen. Ihr müsst also runterdrehen, wieder mit dem Trigger-Level ins Signal hinein, damit ihr wieder ein vernünftiges, stehendes Signal erhaltet. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar nützliche Tipps geben. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung habt ihr nochmal die Übungsbeispiele zur Frequenz und zur Periodendauer. Wer es bis jetzt ausgehalten hat, schaut bitte auch in die Videobeschreibung. Ich habe einen Discord verlinkt. Ich habe 350, 400 Leute auf dem Discord. Das geht eigentlich gut ab. Wir haben eine geile Community. Schaut gerne rein. Da könnt ihr Fragen stellen, da lernst du was dazu und so weiter. Im nächsten Video schauen wir uns den XY-Modus an. Wurde ich gefragt, ob ich den mal drauf eingehen kann. Also schreibt es auch gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich gehe drauf ein. Wir schauen uns den XY-Modus an, wofür man den eigentlich brauchen könnte. Ich hoffe, mit dem Video wisst ihr jetzt, wie ihr eine Frequenz rauskriegt aus dem Ostsee und ihr wisst, wie ihr es hinkriegt, dass das Ganze nicht so ausschaut, sondern dass das Ganze so ausschaut. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.